Ihr seht, was wir uns anschauen, nämlich Age of Mythology Retold. Ich habe mich sehr gefreut, als heute Morgen der Presse-Ki da für mein Postfach war, von daher vielen Dank. Erinnert aber natürlich nichts daran, dass ich es auch sage, wenn das Spiel kacke sein sollte. Ich habe das originale Age of Mythology nie gespielt, von daher werde ich jetzt hier keine Referenzen ziehen können zu dem originalen Spiel. Wir spielen das Ganze auf dem Steam Deck OLED und gehen mal rein. Was ich sagen kann, also wir gehen erst einmal ganz kurz in die Settings. Allerdings, was ich sagen kann, ist, das Spiel ist als spielbar gekennzeichnet und zwar mit den beiden Punkten. Einmal, dass man für die manuelle Eingabe von Texten die Tastatur manuell öffnen muss und dass die Schrift klein ist. Aber da ist tatsächlich das Interessante, dass wir die Möglichkeit haben, bei der Benutzeroberfläche war das, glaube ich. Ich muss mal schauen. Auf jeden Fall kann man die Schrift größer einstellen. Gerade als ich das Spiel gestartet habe, gab es, wie gesagt, die Möglichkeit, die Schrift größer einzustellen. Kann man auf jeden Fall machen. Texturqualität, hier ist erstmal alles auf Mittel voreingestellt oder fast alles auf Mittel, Schatten niedrig. Wir gucken mal, ob das so passt oder nicht. Und ganz interessant wird es tatsächlich sein, dass wir ja hier eine Controller-Unterstützung dabei haben. Und ich bin gespannt, ob ich mit Controller spielen werde oder ob ich eher sagen werde, Nee, ich stelle doch auf Tastatur und Maus um. Wir gehen einfach direkt rein. Ich habe das Tutorial nicht gespielt, spielt keine Rolle. Wir gehen direkt rein. Wir wollen ja wissen, was hier los ist. Genau. Also, wir spielen es auf dem OLED-Deck. Das ist jetzt die Premium-Version. Irgendwie mit Vorabzugang und DLCs und was da nicht alles ist. Es gab vor drei Wochen ungefähr, würde ich sagen, einen Playtest übers Wochenende. Da konnte man das spielen. Allerdings, glaube ich, immer nur zu zwei oder an zwei Stunden eben an diesem Tag. Ihr hört, auch deutsche Sprachausgabe. Genau, von daher, da habe ich es damals, glaube ich, testen wollen. Aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Irgendwie so. Auf jeden Fall, ich bin sehr, sehr guter Dinge. Hör mal kurz zu. Anders als die anderen Akantos, bleibt wachsam. Dunkle Zeiten kommen und ihr werdet gebraucht. Okay. Interessant ist tatsächlich, dass das Spiel einen 83er-Score hat im Moment auf Metacritic. Also, das scheint echt gut anzukommen. Kommt aber auch übrigens in den Game Pass. Ganz wichtig. So, und jetzt möchte ich doch gerne auch mal starten. Wenn ich überhaupt weiß, was ich mache, weil ich halt das Tutorial nicht gespielt habe. Aber sonst spielen wir das zur Not noch. Genau, also, performance-mäßig sind wir jetzt hier gerade bei der Übersicht. Ihr seht es, so auf 35, 40. Jetzt gehen wir ein bisschen hoch. Und das ist natürlich jetzt kein First-Person-Shooter, bei dem wir Stable 60 brauchen. Aber ich bin trotzdem sehr guter Dinge, dass es sehr, sehr gut laufen wird. Wir müssen helfen, die Belagerung von Troja zu durchbrechen. Die Truppen, die wir jetzt schicken, können von Glück reden, wenn sie ankommen, bevor der Kampf zu Ende ist. Selbst wenn sie ankommen, wird ihre einzige Aufgabe darin bestehen, dass Banner und Lande bezeichen. Keine Aufgabe für einen Nachmittag. Es wäre eine Schande für Agamemnon, wenn wir einen deiner Nachwuchsoffiziere schicken würden. Er beschwert sich schon, dass wir den griechischen Kolonien nicht genug Aufmerksamkeit schenken. Das ist eigentlich überspringen. Du musst es sein. Okay. Den schnappen wir uns. Dann gibt es eine ganze Woche lang nur Tintenfischringe zu essen. So, was mache ich denn? Nutzen sie ihren Helden, um mythische Einheiten zu besiegen. Okay. Ich gehe drauf. Ihr seht, was ich mache. Ich habe jetzt gerade das Steuerkreuz rechts gedrückt und wähle das hier mit A aus. Ja, also easy. Okay. Wie gesagt, jetzt gibt es ganz oft Tintenfischringe. Ich zoome nicht mit LBRB. Denken Sie daran, dass zusätzliche Toxotei auf dem Schießstand ausgebildet werden können. Sie sind besonders gut gegen feindliche Infanterie. Wir wählen den Schießstand und sagen. Wobei, jetzt kann ich mir schon vorstellen, was hier vielleicht ein bisschen klein sein. Ich muss hier mal ein bisschen hochgehen. Ich verdecke ja viel zu viel für euch. Die Schrift über mir. Da seht ihr es. Die ist ein bisschen klein. Also im Handheld-Mode wird das ein bisschen klein. Aber zur Not nutze die Lupe. Habe ich ja auch im Video zu gemacht. Das ist kein Problem. Aber wir schauen mal. Also Befehlsmenü mit RT. Visieren Sie das Toxotei-Symbol an und drücken Sie A. Okay. Das heißt, das ist der Schießstand. Das sind die, die ich auswählen möchte. Das mache ich jetzt mit dem linken Stick. Ich sage, ich nehme die. Wie viel will ich denn? Komm, eine Handvoll. Eine Handvoll ist gut. Okay. Guck mal, da kommen schon die nächsten Gegner. Das kann doch nicht sein. Leute. Kann ich irgendwie was auswählen? Ah, wenn ich A gedrückt halte, dann wird dieser Kreis größer. Das heißt, ich muss jetzt nicht meine Gegner oder meine Einheiten ziehen. Sondern ich lasse einfach A gedrückt, um möglichst viele auszuwählen. Ja, gut gemacht. So, was haben wir denn? Unten, wenn wir nach links drücken, da haben wir die Armee. Wenn wir nach oben drücken, haben wir Dorfbewohner. Alles klar. So, warte mal. Was soll ich denn jetzt überhaupt machen? Schauen wir mal. Also, bilden Sie Verstärkung aus und verteidigen Sie. Okay. Wir haben auch ein paar Englisch-Sachen dabei. Das ist ja kein Problem. So, die Militär-Akademie. Wen kriege ich denn hier? Die Hopliten. Wie viel sollte ich die ausbilden? Zehn Stück. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So. Okay. Haben wir das optionale Ziel gleich auch geschafft. Bilden Sie Verstärkung. Das zählt ja, denke ich mal, alles als Verstärkung. Also, Schießstand. Hier haben wir unsere Hopliten. Hier eine Rüstkamera. Können wir noch nichts mit machen. Schade. Einfach ein Wachtturm. Ach, guck mal, kommt schon wieder. So ein kleiner, äh, so. Hält. Auswahl klappt super. Ich bin gerade sehr erstaunt, wie gut die... Guck mal, mit LB, mit dem... Ach so, damit kann man Sachen finden. Ah, wir zoomen übrigens mit dem rechten Stick. Ja, mit dem rechten Stick bewegen wir die Kamera. Ich muss sagen, dass ich erstaunt bin darüber, ähm, wie gut hier die Controllersteuerung funktioniert. Denn ihr wisst, dass ich bei solchen Spielen normalerweise immer umstelle. Ja, ich stelle immer um, ähm, nehme hier immer die, ähm, Maus- und Tastatursteuerung, beziehungsweise, dass ich mit meinem Trackpad spielen kann. Das ist ein Spiel, welches ich natürlich erst noch so ein bisschen beweisen muss, bei dem ich mir vorstellen könnte, tatsächlich... Gute Arbeit, aber halte die Augen offen. ...ausschließlich so zu spielen, wie es ist. Ja, kann ich mir vorstellen. ... ... Was muss ich machen? Äh, das. ... ... ... ... ... ... ... ... Ah, und die kann ich dann alle wiederherstellen. Okay. Man braucht ein bisschen. Also, es ist jetzt nicht zu 1000% intuitiv, ja. Ähm, man muss hier schon so ein bisschen gucken, wie es von der Steuerung funktioniert. Aber ich glaube tatsächlich, wenn ihr maximal 20 Minuten spielt, dann passt das. Oh, guck mal hier. Ah, das heißt, hier können wir dann auch mal was ausbilden. Ähm, so. Hier bilden wir auch nochmal welche aus. Denn ich habe keine Lust, dass die hier meinen, äh... ...Turm zwischen... Ach, kann ich da rüber? So, der ist gleich auch kaputt. Das heißt, mit RB öffne ich mir übrigens auch eine Karte. Okay, das heißt, hier kann ich... Jetzt kann ich die aufwerten. Okay, das heißt, Kupferwaffen. Da sehen wir, da brauchen wir 100 Fleisch und 100 Gold. Da haben wir mehr als genug von. Ähm... Zielen Sie auf das Toxatis-Symbol in Ihrem Schießstand, Befehls-Menü und drücken Sie X. In Ihrem Schießstand? So. So. Jetzt bilde ich den ja wieder nur aus. Moment. Zielen Sie... Ach, und drücken X, X, X. Okay. Ah, damit wertet man die auf. Okay. Das ist halt das, was ich gerade meinte, ne? Also es ist jetzt nicht zu 1000% intuitiv. Aber trotzdem sehr gut, sodass ich sagen würde, ich kann mir vorstellen, dass das so funktioniert. Ihr seht übrigens, ne? Dieses, ähm... Wenn ich jetzt auf irgendein Gebäude, wenn ich jetzt auf irgendein Gebäude gehe und da leicht drüber wegscrolle, fixiert er sich da drauf, was definitiv eine gute Idee ist. Ähm, was das, ähm, was das, ähm, was halt bedeutet, dass, ähm, dass ihr, wenn ihr ein bisschen weiter scrollt, trotzdem dann direkt da draufkommt. Wenn ihr aber nur ein Stück weggehen wollt, so wie hier, dann ist das eher ein bisschen störend. Was wir jetzt mal machen, was wir jetzt mal machen, wir wollen jetzt mal gucken, wie es denn aussieht, wenn wir sagen, wir spielen das Ganze... ...einfach mit dem Trackpad. So, okay. Dann bewege ich, da werde ich mir was umstellen müssen, denn mit dem linken Stick, das heißt, WASD kann ich jetzt nicht die Cam bewegen, sondern bewegt das mit dem rechten Stick, was super ungewöhnlich ist. Ähm... ...der greift jetzt auch nicht, doch der greift dann an. Ne, 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 wir stellen wieder um. Hätte ich nicht gedacht, aber wir stellen tatsächlich wieder... ...hung. So. Ähm, oh. Jemand ist tot? Ist unser Held tot nachher, oder? Wo ist der denn? Dann geht's nicht wirklich gut. Das heißt... Warte mal, wir können den noch... Wie war das noch? Mit dem Heilen? Genau, zack. Zack. So, heil dich mal, Kollege, bevor du mir da noch stirbst. Ist der tot? Der liegt da im Wasser, oder? Ähm, warum steht ihr da eigentlich einfach nur so rum? Warum steht ihr da nur rum? Bewegt euch und tut was für euer Geld. Mann. Ähm, so, ich brauche noch ein paar mehr. Was sind denn hier die Ziele noch? Ähm, Rüstkammer aufwerten. Okay. Dann machen wir noch Kupferschilde, Kupferrüstung und... Ne. Wie warte ich dich auf? So nicht. Hm. Jetzt kommen aber hier ganz schön viele Gegner, ne? Nutzen Sie die Gotteskraft Gewittersturm, um... Sehr gerne. Wie mache ich das? Ähm... So, Moment. Wie mache ich Gewittersturm? Linker Trigger, X, Gewittersturm und Attacke. Ich hoffe, dass der Gewittersturm nur auf feindliche Einheiten geht, und eine Einheit man in Ruhe lässt. Aber wir werden es sehen. Ihr könnt mal hier zu dem da gehen. Ach, guck mal, die hauen ab. Und das ohne Tutorial? Das, ähm... Das muss man erst mal hinbekommen. Ah, es war ja wie ein Tutorial, ne? Alles gut. Ähm, von daher, ähm... Ja, läuft gut bisher. Also, wir haben gerade gesehen, wir haben viele Einheiten natürlich gehabt auf dem Feld. Ähm, es war trotzdem okay, und wir spielen hier halt jetzt nicht in Full HD. Ähm, das heißt, ne? Einfach, um den Handheld-Mode ähm, zu simulieren. Das bedeutet... Ich habe jetzt gemacht, ich habe Start gedrückt. War das ein Fehler? Ganz wichtig noch übrigens. Ganz wichtig. Ich habe das Spiel gerade gestartet, habe kurz, ähm, das Age of Mythology Wallpaper gesehen, oder einmal den Hintergrund, und ist mir das Spiel abgestürzt. Nochmal probiert, exakt das Gleiche. Dann habe ich auf Proton Experimental umgestellt, ebenfalls das Gleiche. Ähm, das heißt, ich habe es dann umgestellt auf, ähm, GE Proton. Damit lief das jetzt sofort. Ja, also ganz wichtig. Ich habe das mal im Hinterkopf, dass, wenn es dann, ähm, wenn es euch kauft, und wenn das dann immer noch, oder der Fehler immer noch besteht, geht, geht auf GE Proton, und dann ist alles okay. Sehr gut. Kümmern wir uns mal um die Ressourcen. Wir haben mal ein paar Hühnchen. Um schnelle Ressourcen zu sammeln, müssen Sie mehr Dorfbewohner ausbilden. Okay. Das heißt, Dorfzentrum. Okay. Wir brauchen ein paar Dorfbewohner. Was? Verwinden Sie, ähm, ah. Okay. Na, ist gut. Das heißt, dann müssen wir gar nicht in das Menü reingehen, sondern können die direkt auswählen. Okay. Beziehungsweise ausbilden. Da kommen ein paar. Ähm, 400 Nahrung. Okay. Das heißt, schreiten Sie zum klassischen Zeitalter voran, erkunden Sie die Insel sehr gut. So. Du gehst jetzt mal ein bisschen Beeren sammeln. Und du tötest das Schwein. Tut mir leid, Schwein. Und wo schneidet er hin? Egal. Ihr Dorfbewohner müssen Häuser bauen, um ihre wachsende Bevölkerung unterzubringen. Und du machst heute das, ähm, Chicken fertig. So. Was haben wir denn noch? Wählen Sie ein Dorfbewohner, Steuerkreuz hoch und drücken Sie, was stand da? Y, um ein Haus zu platzieren. Okay. Kann ich das drehen? Das Haus? Ich glaube nicht. Ist auch egal. Ähm, mit dem linken Trigger. Wofür sind die Häuser da? Einfach damit die wohnen können? Drei Häuser reicht, oder? Ich weiß nicht. Hm. Ja, für unser Ziel müssen wir ein Haus bauen. Dann sollten drei okay sein. So. Ihr. Ich weiß gar nicht, ob es so gut ist, wenn ihr jetzt die Insel erkundet. Oder du bist doch bestimmt ein Bootsch, äh, beziehungsweise du kannst doch erkunden. Jetzt habe ich mal Y gedrückt. Das heißt, der würde ich tippen, geht jetzt automatisch erkunden. Tatsache. Findet auch ein paar schöne Sachen. Was ist das hier? Eine Goldmine. Sehr gut. Okay, er erkundet. Ihr passt hier auf. Das Nichts hier ist noch eine Goldmine. Kommen schon wieder Feinde? Wir gehen in die strategische Karte und sehen oben rechts, Guck mal. Guck mal. Ihr greift meinen an, dann greife ich euch an. Wobei es vielleicht gar nicht so gut ist, wenn ich jetzt hier meine, äh, alles, ähm, unbeaufsichtigt lasse. Aber ich hoffe, dass der Dorfbewohner irgendwas bauen kann. Warte mal, wie war das denn? Lagerhaus, Haus, Feld, Kornspeicher, Tempel. Ich will eigentlich was bauen, womit die, ähm, Tempel, Wirtschaft. Ich will ja eigentlich, ah, Militär mit Y. Ah, okay. Ein Hafen, eine Holzmauer. Mehr kann ich noch nicht bauen. Oh, das heißt, ich muss eine Zeit weiterkommen. Okay. Hm. Okay, wie komme ich denn weiter? Bauen sie ein Haus. Ich habe doch, ah, da brauche ich bestimmt, was brauche ich dafür? Ich habe doch alles, was ich brauche. Kann ich das irgendwie beschleunigen? Leiche? Decton. Ah, okay. Das heißt, ich muss ihm wahrscheinlich erst noch sagen, dass er jetzt auch dorthin gehen muss und das Haus bauen muss. Okay. Dann habe ich ja meine Ziele. Guck mal, ihr kommt mal wieder zurück. Damit fühle ich mich ein bisschen sicherer. Wenn wir hier gleich angegriffen werden. So, kannst du mir ein bisschen Gold holen? Ja. Das kriege ich hin. So, wir bauen, einen Tempel. Dafür brauchen wir 150 Holz, 150 Gold. Haben wir alles. So, der Tempel kommt neben die Goldmine. Okay. Muss ich jetzt, die bauen automatisch dran. Okay, so, das Haus ist gebaut, das Haus ist gebaut, das Haus ist gebaut. Das heißt, der Tempel wird auch gebaut. Dann müssten wir theoretisch ein Zeitalter weiterkommen und dann müssten wir uns ja theoretisch, ja, da müssten wir theoretisch die Möglichkeit haben, auch Militärgebäude zu bauen. Denke ich mal. Ich könnte mir vorstellen, dass es gut wäre, wenn ich Holz bekomme. Was mir sehr gut gefällt, tatsächlich, ist das, was wir hier über das Steuerkreuz haben. Also, ich drücke hoch und habe sofort einen Dorfbewohner. Ich drücke nach links, habe sofort jemand von der Armee, ich drücke nach rechts, habe den Helden, das habe ich nicht zugehört. Was hat sie denn gesagt? Schreiten Sie durch das Dorfzentrum Befehlsmenü einen hoch. Das kriege ich doch hin. Einfach mal die Dorfglocke läuten. 400 Essen? Machen wir. So, das heißt, oh, ein Nebengott, alles klar. Also, entweder kriegen wir Aris, bedeutet, wir haben dann die Pestziele auf eine gegnerische Stadt, um sie mit der Pest zu infizieren. Verhindert das Gebäude Geschosse abfeuern und verlangsamt die Einheitenproduktion. Wir können einen Zyklopen bauen, der kostet aber sehr viel, ich weiß nicht, was das ist, dieser Blitz, was das für eine Einheit sein soll. Verschiedene Technologien, okay. Ich denke, gibt uns 400 Essen, ich weiß, oder kostet das 400, na, es kostet 400 Essen, wobei da steht nicht Kosten davor. Wir werden es sehen. Oder, Gott der Boten, Hermes, Waffenstillstand, um alle Spieler am Kämpfen zu hindern. Naja, das ist ja blöd, wenn ich angreifen will. Centaur, bald, komm, wir nehmen Ares. Sie können im Menü Dorfbewohner Prioritäten eine Voreinstellung auswählen, um Dorfbewohner automatisch auf Ressourcen zu verteilen. Trigger, rechte Stick. Wow. Okay. Gefällt mir gut. Wir machen das jetzt hier, genau, von allem etwas. Könnte ich das auch umstellen, wenn ich wollte? Ja, nein, wir machen das. Okay. Haben wir, ist das der gelbe Balken, an dem wir voranschreiten? Ich glaube, ne? Okay. Wo ist denn mein Kundschaft da? Der Kataskopos ist ein schneller, fähiger Speer. Mit ihm können sie die Karte schnell erkunden, um Rohstoffe und Feinde zu finden. Wer lebt da noch? Ich glaube, der wird getötet, oder? Ich glaube, ich habe meinen, ich habe meinen, oder was bist du? Zyklo, cool. Wo ist dieser Speer von mir? Ich glaube, ich habe den getötet, hier oben. Bestimmt, hier wurde der von denen getötet. Okay, ist nicht, nein, ist schlimm, aber wir gucken mal. Also, wir sagen, wir nehmen ein Dorfbewohner, Befehlsmenü, und sagen, Bau uns bitte, Bau uns bitte, mal mit Dorfbewohnern. Bauen Sie Mauern und Türme, um ihren Stützpunkt gegen feindliche Angriffe zu verteidigen. Einmal aufgewertet, schießen die Türme Pfeile auf Gegner. Ein Maurer. Ich habe jetzt mal einen Maurer gebaut. Okay. Ich höre doch schon wieder, dass irgendwo hier Theater ist. Guck mal. Ernsthaft? Wieso, wieso macht ihr nichts? Wieso geht ihr nicht hin und sagt mal hier, pass mal auf, das geht so nicht? Ne? Macht das mal bitte, Leute. Er haut jetzt halt auch einfach gar nicht ab. Da kommen irgendwie 15 Mann und ein Zyklop auf ihn zu und der bleibt da stehen. Aber okay, dann ist das so. So, den Maurer, haben wir den? Um die Seiten zu wechseln. Ach, die Militärakademie. Okay. Dorfbewohner. Um weitere Schiffe zu bauen, müssen Sie zuerst einen Hafen bauen. Moment. So. Ein Dorfbewohner. So. So. Was soll ich bauen? Die Militärakademie. Okay. Also, ich weiß jetzt halt nicht, ob es hier auch einen Weg dorthin gibt oder ob der nur hierher führt. Schwierig zu sagen. Könnte ich auch einfach einmal erkunden. Ich glaube, das mache ich. Das stört mich jetzt halt so ein bisschen. Ich möchte hier weg und werde da immer wieder zurückgezogen. So. Komm, ich habe mehr als genug Essen. Genau, du gehst da jetzt mal hin. einen Hafen brauchen wir. Okay. Schießstand brauchen wir gleich auch. Ein Hafen. Ich habe gleich kein Holz mehr. Das ist nicht so cool. Das heißt, ich würde sagen, ich brauche ich brauche einen. Habe ich kein Holzfäller? Hm. So. Du? Wo bist du hin? Du hast doch für mich erkundet. Oder baust du jetzt den Hafen? Das kann natürlich sein. Wir gucken mal, wir gucken mal von hier oben, was da los ist. Oh, was war das denn? Bist du meine Einheit? Hippocamp. Cool. Okay, wir brauchen einen Skistand. Das heißt, wir gehen rein, gehen auf Militär, sagen ein Skistand. Wenn ich wüsste, ob ich da hochkomme. Das muss ich rausfinden. Ja, das sieht aus, als ob da oben tatsächlich... Äh, wobei... Oh. Ich komme hier unten rum. Ich komme da unten tatsächlich rum. Wo gehst du jetzt hin? Ach, da kommen Gegner. Okay. Ähm, das heißt, wir bauen jetzt tatsächlich den Schießstand hier hin, damit wir mit denen von hier unten angreifen können. Ähm, wir haben ja mehr als genug, ne? Damit ziehen wir gleich los. Sammelpunkt machen wir direkt hier hin. So, du baust da dran. Irgendwo ist da schon wieder Klopperei. Können wir kurz gucken, wegen Akkulaufzeit, wenn wir schon mal dabei sind. Ist aber noch 86 Prozent, das heißt, wir haben noch dreieinhalb Stunden, also... Definitiv genug Akkulaufzeit. Ähm, wieso soll ich einen Hafen bauen? Kann ich... Du reitest da oder schwimmst da jetzt mal hin. Die kommen alle. Du bist fertig. Wir sagen, wir bauen jetzt... Ach, ich habe kein Holz mehr. Ja, okay, dann bringt es jetzt auch nichts mit dem von da unten näher zu kommen. Ein bisschen sinnlos. Okay, wenn die gleich alle ausgebildet sind, komm, wir schicken euch beide auch schon mal hier hin. So, und du, kleiner, gehst ebenfalls hier hin. Oh. Ich wollte dich gerade auswählen, jetzt bist du tot. Das ist mies. Das machen wir gleich. Das machen wir gleich. so. Wie viel brauche ich denn noch vor meiner Armee? Ich meine, ich kann eigentlich noch sehr viel mehr hinterher schicken, aber ich möchte halt auch sehen, was jetzt hier gleich los ist. Das heißt, ich würde sagen, wir warten noch auf... Wie viel kommen da noch? Guck mal, das ist auch noch Armee. Der geht auch hier hoch. Okay. Okay, das heißt, wir haben gleich eh unsere Bevölkerungskapazität erreicht. Das heißt, wir können jetzt hier auch mal Attacke geben. Wir warten noch auf den Kollegen, den lassen wir dann einfach zur Verteidigung der Stadt hier. Dann würde ich mal sagen, Attacke. Einfach mal gucken, was so los ist. Das scheint nur irgendein Camp zu sein. Ich glaube, das ist relativ egal. Wir sagen jetzt aber direkt, wir schicken hier... Oh, das ist ja relativ groß. Wir schicken darauf die Pest. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich zu wenig Leute habe. Ich glaube, ich muss die erst mal fertig machen. Ah, ich hätte mir noch Zyklopen ausbilden müssen. Wo, wo, wo bilde ich mir noch mal Zyklopen aus? Ist egal, ist egal, ist egal. Wir haben gleich keine Leute mehr. Okay. Die Schiffe sind halt mies, ne? Und hier laufen echt viele Leute rum. Ich habe das so ein bisschen unterschätzt, muss ich sagen. Und würde sagen, ich habe hier nicht die größte Chance anscheinend. Guck mal, so weit kann das Schiff gar nicht schießen. Das heißt, das hätte ich mir alles sparen können. Der Pest dauert jetzt leider noch. Wir müssen auch nur das Dorfzentrum zerstören. Okay. Unser Held ist tot. Ernsthaft? Ich befürchte, dass der Angriff nicht so gut war. Ja, ähm, mit euch kann ich wahrscheinlich auch nichts machen. Wahrscheinlich muss ich jetzt erstmal wieder meine Kräfte bündeln. Ich meine, Bevölkerungslimit ist ja jetzt erstmal egal, sozusagen. Das spielt ja jetzt keine Rolle mehr. Wir bauen mal 15 neue. Ja, nee. Da war ich ein bisschen zu voreilig. Ich glaube, das wird nichts. Keine Chance. Ich verliere hier dauerhaft meine Armee. Das war's. Egal. Egal. Ich mach weiter. Ich werde auf jeden Fall weitermachen. Was lässt sich zu dem Spiel sagen, zu Age of Mythology Retold? Wir können einmal ganz kurz noch in die, ähm, ins Kampagnenmenü gehen. Einmal gucken, was wir hier für Möglichkeiten haben. Das heißt, wir haben, ich meine, das sind die beiden DLCs, die da mit bei sind bei der Premium Edition. Ansonsten habt ihr halt auch die Möglichkeit, einfach ein Gefecht zu spielen. Ihr könnt Multiplayer spielen. nee, das ist doch das. das sind diese beiden DLCs. Ähm, wir können mal, wenn wir hier oben hingehen, wir sehen einen Technologiebaum, super viele Klamotten, die sich freischalten lassen. Wir haben die Möglichkeit, einfach, ja, anscheinend so eine Art, ähm, Enzyklopädie durchzugehen. Ähm, es gibt Mods, anscheinend sogar. das finde ich sehr interessant, tatsächlich. Ähm, direkt unterstützte Mods, die wir hier drin haben. No Population Cap. Das heißt, da können wir einfach so unfassbar viele Leute nehmen, die wir wollen. Wenn wir das jetzt mal installieren, dann ist der schon direkt drin. Ähm, richtig cool mit dem eingebauten Mod Manager, denn ihr wisst ja, gerade auf Linux haben wir natürlich immer mal wieder das Problem, dass das Ganze dann nicht so funktioniert mit Mods, wie wir wollen. Hier funktioniert es, das heißt, wenn ihr Lust, okay, das Spiel muss neu gestartet werden, damit die Mods überhaupt aktiv werden, das ist vollkommen okay. Ähm, das heißt, wenn ihr Lust auf dieses Spiel habt, das vielleicht früher schon gespielt habt und euch jetzt fragt, ob das Spiel auf dem Deck läuft, ja, das läuft definitiv sehr gut auf dem Deck. Selbst wenn ihr sagt, ihr wollt noch ein bisschen mehr Frames haben, geht ihr einfach mit den Einstellungen hier und da ein bisschen runter und ihr habt hier wirklich noch viel Spielraum. Klappt auf jeden Fall. Controller-Unterstützung finde ich sehr gut. Man muss sich daran gewöhnen. Es gibt wirklich viele Shortcuts und viele, ja, einfach Tastenkombinationen, die man drücken kann, um verschiedene Sachen zu erreichen. Man sieht aber, dass sich auf jeden Fall die Entwickler viel Zeit genommen haben, um eben diese Controller-Unterstützung zu implementieren und ich finde sie tatsächlich zum jetzigen Zeitpunkt besser als die Maus-Unterstützung. und das heißt was, denn ihr wisst, normalerweise spiele ich diese Spiele mit Maus. Das Einzige, was mich halt so ein bisschen stört, ist, und da hoffe ich, dass man das irgendwie umstellen kann, dieses, ich möchte eine Einheit direkt neben einem Gebäude auswählen, gehe dorthin, aber der zieht mich halt wie so ein Gummiband immer zurück, weil er denkt, ich möchte zu dem Gebäude. Kann man sich vielleicht auch dran gewöhnen, muss man schauen, aber alles in allem kann ich sagen, Age of Mythology Retold ist eine runde Sache, läuft wirklich gut auf dem Deck. Ich freue mich definitiv auf eure Meinung zu dem Spiel. Wünsche euch auch ganz viel Spaß, denn ich sehe, dass gerade bei meinen Steam-Freunden viele Leute dieses Spiel eben auf der Wunschliste haben. Ansonsten greift im Game Pass zu. Ich würde sagen, ich bin raus, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.